Tipsi, wir müssen erstmal die Lufthansa First Class Lounge und so ein Ticket holen. Ja, wir müssen ins Terminal A, da ist die First Class Lounge. Dann müssen wir jetzt erstmal nehmen. Guckt sie dir an, wie wir alle wieder reisen. LH 188 nach Berlin Tegel, das ist er. Ne, die haben das Terminal 2 ja geschlossen müssen, also das Terminal 1 regeln. Jo, ne, ich hab mein Ticket. Ja, wir müssen aber zum Terminal A. Ja, scheiße, wo hab ich denn meinen Personalausweis noch gesteckt? Da bin ich irgendwo bei der Pflegekarte teilen. Ich brauche gleich einen Ticket Shop. Ich brauche doch noch eine Zeitung und eine Packung Karolik. Ja, hallo liebe Facebook-Generation, liebe Twitterer, liebe YouTuber, liebe Instagramer und alle, die uns zuschauen. Die Geisens aus dem Internet kennen ja nicht die Geisens aus dem Internet, wenn sie nicht im Tutti Frischop mal einkaufen dürfen. Jo, seit Neuestem haben wir ja auch eine Platinkreditkarte, da kaufen wir die ganzen Pumps hier einfach. Wenn ich die Frau mit ihren 67 Kilo an Boden lasse, dann kann ich die ganzen Süßigkeiten hier einkaufen. Dann habe ich kein Übergewicht. Ja, die Duplarone nehmen wir für viele mit. Die A11 müssen wir nach links. Ich bin glatt. Zuerst bitten wir unsere Priority, Status oder Business Gäste einzusteigen. Danach folgt die Aufforderung für die übrigen Passagiere. Sie werden nach Gruppen aufgerufen, die sie ihrer Bordkarte entnehmen können. Familien mit kleinen Kindern und Gäste mit eingeschränkter Mobilität bitten wir, sich jetzt am Ausgang einzufinden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Im Flieger ziehe ich die Maske aber aus und wenn die es über der Samba tanzt. Die haben dort einen Knall mit ihrer Maskenpflicht. Und das ist für Sie. Oh, für mich? Danke. Und das ist für Sie. Und das ist für Sie. Danke. Danke. Noch einmal einen ganz wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei uns an Bord. Ja, Sie merken uns selbst, die Maschine ist voll bis auf den letzten Platz und wir müssen Sie auch aus Sicherheitsgründen bitten, für Handgepackt den Platz unter Ihren Vorsitz zu nutzen. Noch einmal einen ganz wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren. Den Wort unseres Kapitäns schließe ich mich gerne an und begrüße Sie ebenfalls an Bord. Sie sehen sofern der Flug ist auf den Weg nach Berlin-Thiel. Mein Name ist Gerslauer, ich bin der Pörser heute und zusammen mit meiner Charmatten-Kabinenbesatzung bestehend aus vor Ort. Frau Linsenmeier und Herrn Thielig ist es das Ziel, dass Sie sich Pörser an Bord sicher, aber wohl fühlen. Die Flugzeit nach Berlin beträgt heute ca. 50 Minuten und wir sind jetzt bereit, um zu unserer Startposition zu rollen. Und möchten Sie bitten, sich zu vergewissern, dass Ihr Handgepäck sicher verstaut ist, ohne Eingang oder Notausgang zu blockieren. Laptops müssen abgeschaltet im Handgepäck verstaut sein, Sie können aber gerne leichtere elektronische Geräte wie Tablets oder Mobilfunktelefone in der Hand behalten. Meine Damen und Herren, bitte schneiden Sie sich jetzt an und ziehen Sie auch die Gurte fest. Verprüfen Sie bitte noch einmal, dass sich alle elektronischen Geräte mit Sendefunktion entweder im Flugmodus befinden oder komplett ausgeschaltet sind. Wenn Sie Fragen zur Nutzung von elektronischen Geräten an Bord haben, dann verwenden Sie mich, wir beantworten diese gerne. Jetzt geht's los, Schnucki, alles okay bei dir? Ja, ja. Enne, ganz schön. Ja. Inne, ganz schön. Trockalos vole! Ja. Vierge Kanal ist ja das, aber sie suchen Cockartier. Wenn du süß bist, zeige ich dir einen echten Rossi und darfst du damit Bananen füttern. Bananen fordert noch nicht so schuld ausgesehen von dir. Warte, dass viel essen geworden ist und wird so viel Spaß machen. Es ist auch wichtig, dass die Anzeigen die Anzeigen der Anzeigen von der Anzeigen und der Anzeigen. Wir müssen die Laufbahn entfernen. Wir müssen die Laufbahn entfernen. Meine Kollegen werden den Kabinett kontrollieren. Wir werden auch die Laufbahn entfernen. Zur Landung stellen Sie bitte noch die Rückläden Ihrer Sitze senkrecht. Kappen die Tische nach oben und öffnen auch, falls notwendig, die Sonnenblenden wieder. Vielen Dank. Für Landung, Ladies and Gentlemen, please adjust the backrest of your seat in the upright position. Follow the water tables in front of you, please make sure that your window shade is raised. Du kannst ja dann während wir drehen, den Kindern mit dem Zug gehen oder an den Uferste da irgendwas machen. selfie-sp Lenkontakt Flurr Flurr WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 dass das Flugzeug seine endgültige Parkposition erreicht hat und auch die Anschnallzeichen erloschen sind. Flugkapitän Lars Kralen und seine Besatzung danken Ihnen, dass Sie heute unser Gäste waren. Wir haben uns wirklich sehr gefreut, Sie hier so zahlreich begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen jetzt einen wunderschönen verblabenden Tag hier in Berlin oder eine gute und freilichlichere Weiterhaltung. Hoffentlich haben Sie sich bei uns an Bord sicher und wohl gefühlt und auch ein ganz, ganz großes Dankeschön haben Sie, als Sie mitgewirkt haben, auf den Flug den Schutz gegen das Coronavirus zu verstärken, indem Sie alle ganz toll ihre Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben. Wir möchten Sie auch noch einmal darauf hinweisen, dass das Tragen bis zum Verlassen des Flughafens empfohlen wird. Ja, das Aussteigevorrag ist. Ja, wir sind uns in Berlin-Tegel angekommen und jetzt geht es erstmal zum Fahrer, der Präsident Hotel und dann später im Studio.